Nein, doch mal! Kaaschen! Ja, halt so langsam! Du musst da warten! Du scheiter Noob! Hast du uns gerade beide weggebracht? Ja! Aber wir landen auch an unterschiedlichen Stellen irgendwie! Ja, auf jeden Fall! Kein woanders gelandet! Warte mal, ich sag dir, wenn! Jetzt! Nein, du kannst nicht links! Links pusht er dich nur runter, du musst rechts am Rand sein! Okay, go! Wir sind beide einfach mal gerade runter geflogen!